hallochen freunde und herzlich willkommen zurück zu einer folge faktorio mit wesley und benny hallo hallo wir stehen hier draußen im nirgendwo beziehungsweise drin im nirgendwo ist ja mittlerweile unsere base und ja wesley übertreibt hier gleich wieder das wird glaube ich macht den anderen denn den anderen dahin macht da kann also die karten nahkampfwaffe ist das ding nicht ja wir haben hier nebenbei den den nächsten den nächsten laserturm hier das geile ist der schieb der brustet halt einfach einmal durch aber mir was sagen wegen der türme hier wie ausrastet einmal quer über die base geht ja weiter als mein screen hier hinten hast du auch noch einen liegen lassen herr wetzle 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 ach ja das ist deiner ne ja nimm mal mit der war ja jetzt nur zu demonstrationsfäcken du bist ja hier jetzt haben wir gar keinen strom da oben oder das mache ich dann machst du okay also bist du der strombeauftragte ich dir einfach nur da wollen wir hin da oben ist noch einer waltet eines amtes also falls man noch jemand lust hat ich hätte dann nochmal 90 fische auf auf lager 90 fische also bisschen remoulade dazu oder so hammer 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 da ist noch ein nest hammer da ist noch ein nest das heißt wir haben dann hier alles unser rechts ist ja auch noch eins die strombeauftragte gar nichts 50 megawatt wenn er durchgehend schießt wir brauchen auf jeden fall nuklear wenn wir diese lasertümer einsetzen hat er die namen ne alter ist sehr stark die sind schon echt heftig ne ja zu dritt gell krass scheiß ey so weiter gehts jetzt noch nicht so schnell er mit seinen 30 millionen exoskeletten ey er hat nur eins drin jaja klar eins hoch zehn eins hoch zehn mal fünf ich hab hier ruckelparty ach ja da wollten wir ja gucken ne oh oh strom hier blinkt alles hier blinkt alles was strom ich hab hier ne ruckelparty und hör strom das heißt ich setz einfach mal blind links masken noch mehr lasertümer ne ne hier hier blinkt alles rot wir sind langsam bisschen out of order ach da vorne ist noch party hier unten das wird hier eine richtig schöne abriss party die hülse ab haben wir alle ne ja genau so hier haben wir alle können jetzt zunächst mal stück gehen reiß den ganzen wald ab ey ja was denn geh da nicht hin ey hau mir ab geh mich weg al 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 der auto abfall holz nee 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 das müssen wir schnell abschalten so so dann können wir hier anfangen wie wir da anknüpfen oben blinkert ja da bringt die ganze zeit die beste zu nah wir müssen besser töten setzt doch mal ein von den den schwatten in weiter habe ich das jetzt in der aufnahme gesagt ja jetzt einmal von den dunkelfarbigen türmen dorthin bitte von den türmen mit migrationshintergrund hinsetzen bitte und den schokoküssen hat da nicht gesagt hat da nicht da kommen wir hier wollte jetzt hier einen von den killertürmen hinsetzen oder so ich hatte hier gerade viechers am hitern die hat sich wösslich freundlicherweise gerade nebenbei gekümmert du gehst jetzt erstmal kurz hoch zu benni und setzen da mal so einen schwarzen lümmel davor vor die nase ja ich laufe ich kein helikopter dabei noch ein geschützt haben wir hier kommt das die hätten wir ja ich mal mitnehmen könnte das wäre so intelligent gewesen wäre mehr als intelligent sie kommen gleich geht wesley mal weg ich bin jetzt hochgerannt ja ich kann ja keiner so wollen wir anfangen da dann können wir direkt direkt dort anschließen von hier nach dort oder wie von hier nach dort wiederum wird da oben laufen davor setze bitte die mauer davor klar ist klar ist klar ne passt das oder soll ich den mast nochmal tick nach hinten nehmen fast alles davor ja ich bin davor gesetzt das ist nicht dahinter davor hast du gesagt davor das hättest du gesagt dass die mauer dahinter ja sie ziehen auch hinter den strom ja mach weiter ach ach ja mit euch macht es immer spaß also ich hatte übrigens die erste bewerbung eigentlich hier ist eine lücke wer macht denn sowas hier hast du nicht zu ich habe gesagt ich habe mich verbaut Amadeure aber Benni falls du dich an die letzte Aufnahmesession erinnerst da hatten wir so einen kleinen Aufruf zu fleißigen Mitarbeitern ich habe da tatsächlich eine Antwort auf die Stellenanzeige bekommen echt ja es gab eine Rückfrage was denn fleißig heißen würde ob 800 Stunden fleißig wären 800 Stunden bei was 800 Spielstunden fleißig wären habe ich dann gesagt ja gut 800 Stunden rumstehen können Benni und ich auch ja und nix tun oder dumm labern und so ja ich lauf hier einfach was mit ich mach gar nichts wir sind super fleißig ja wir sollten vielleicht da mal nach rechts noch einen kurzen ja ich wollte gerade mal sagen lass mal hier kurz einen Abstecher machen ich habe keine Energie kann ich mir aber schnell laufen Infusionsreaktor packt da so mehr ja ich finde es irgendwie komisch recht unten meine Batterie ist voll und trotzdem ne mein ist leer ne mein ist auch voll aber irgendwie passiert ja auch selten was kommt ihr nochmal mit mit Verstärkung oder mach ich das jetzt hier kurz alleine ja ok gut denn da ist ne kiste mit eisen ne mit die ganze mauern die nehmen wir mit jetzt kommt uns dein ruinen mod da ich zugute so können wir die Mauer zwischendrin noch mitnehmen wir ziehen hier eine Mauer quasi mitten durch links und rechts kommen sie oh das war jetzt ein bisschen schlecht kalkuliert oder wie machen wir das jetzt wir sind auch ein bisschen rechts neben dem äh bisschen zu weit links neben dem M machen wir hier so schräg irgendwas selber basteln ah mach geradeaus runter oder oder hier schräg wollen wir mal so schräg mit Mauer setzen so dann rennen wir mal wieder nach oben und baden wir da das aus an dass die Jungs wieder nicht gedacht haben so radare reicht hier nein warte 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 nein aha genau hier komm ich ja auch nicht raus das ist ja auch ja Benni Benni werden wir diese nächsten Folgen nicht mehr hast du ein Gesicht bekommen hast du Benni geärgert der ist ja immer eingebaut ja nein oh Benni ist integriert ins Spiel ja hast du noch ein paar Türme ich hab keine Türme äh du meinst solche hier sag mal habt ihr jetzt hier irgendwo schon mal Radare hingestellt also obwohl brauchen wir gar nicht es reicht es um ich hab da oben gerade ein Radare hingestellt ach so ich hab mich gerade gewundert warum ist denn hier schon alles abgedeckt ja wir müssen nach links runter müssten wir damit noch oder die ich würde jetzt erstmal hier jetzt kurz auf wollen äh da unten ist ja auch nochmal brauchen irgendwie kampfmusik nicht kampf aber der griechner hat bestimmt jetzt gleich kampfmusik eingespielt ja ich glaub das hat er nicht gemacht aber wesley behauptet das wesley streamt jetzt auch ab und zu hab ich gehört hab mich grad nicht bewegen was ich höre ich nicht ne ich sagte ich hab gehört der wesley streamt jetzt ab und zu mal ja wir müssen nächste folge erinnere mich mal dran nicht nicht quatsch machen sondern gucken warum 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 benni da so leiden muss leckt leckt ja ich hab halt immer wieder mal ein standbild und irgendeiner von euch zieht hier übrigens ein paar robis hinter sich also bei mir geht's so einigermaßen nicht gerade sehr schlimm ich sterbe deswegen nicht gleich sofort ich bin grad da gestanden ich konnte mich nicht bewegen konnte nichts machen so nächste mal aber erst mal robis einsammeln strom einsammeln wir müssen unter uns dann auch mal frei machen oder wohl ne wir könnten ich würde vorschlagen dass wir ab der ich würde sagen und einmal untenrum frei machen bitte ja ich würde ja genau könnt ihr mal robis hier mitnehmen der gnichnet macht sich untenrum mal frei und wir würde ich vorschlagen wir setzen hier an der mauer was wir setzen hier unten an der mauer direkt an und gehen nach rechts rüber ja finde ich gut sein name ist gnichnet und er ist der schnellste mensch der welt so ich hab mal aufgeräumt für euch mach mal sachen haben wir hier eigentlich logistik schon anliegen nicht dein ernst andere seite was sieht denn das aus irgendwie strom haut nicht hin wir bauen direkt an die base ran ja gib kein strom schade nice try haben wir eigentlich logistik dort anliegen radare radare ja radare 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 dann machst du gut mein großer habt ihr schon mal strom untergelegt los ich hab dir schon mal strom hengestellt was strom ach so die base weg machen das ist jetzt schon wieder abgerissen ich kann mich nicht bewegen bedruckt ja warte mal bin ich gebe dir mal ein gib mir gar nichts wird schön hilft dir dann auch nicht mehr so hast du wie geht das draufklicken mit der linken oder feuergeschwindigkeit 2 nur bei wesleys tschung langsam ging glaube ich sogar echt? hier ist noch einer da kommt die mauer vorher genau ja ja dann sind wir fertig ne jetzt können wir anfangen zu schreien mach mal hier mal aus guckt euch das mal an ohne spaß guckt euch das mal an wir haben unsere base grad mal vervierfacht ja das heißt uran da oben gleich mal als erstes oder? krass ja schon ein ordentliches stück was ich gebaut habe also jetzt hör mal platz jetzt 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 sollten wir halt bloß sicherstellen dass die robo hangare auch alle irgendwie so verbunden sind mit dem haupt logistik system dass reparatur kits automatisiert gebaut werden oder? ja das ist alles das wow das war knapp das ist alles drin nicht langsam die ganze energie raussaugen lassen und latschen wir mal hoch du wolltest dann omega drill hinsetzen ne? reicht da einer? ja ne? guck mal den kann ich jetzt aufbauen ich dachte roboter hangare könnten wir anfordern normale hangare kannst du fordern ja ich fordern 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 abfall logistik netz mit nicht abgeholt weil wir keine lagerkästen haben kann das sein nicht schon voll lagerkiste ist voll wo zapfst du denn das schwefel ab für die ach ich kann das ja da oben anzapfen das geht einmal ne leitung ja eine leitung geht ja nach oben ja die hab ich grad nicht gefunden ich klau mir jetzt einfach von dem anderen da zack ach dein ernst ja bis jetzt keine danke mach doch mal stopp ähm bis hier und hoch und hoch und jetzt erstmal oh normales rohr ja kein doch da hab ich normales rohr ist es jetzt verbunden oder nicht oder irgendwas stimmt da nicht ich seh hier gar nichts ich wollt grad sagen räum dir doch einfach mal frei da ich brauche ja auch nochmal ein bisschen platz ich brauche ja auch nochmal ein bisschen platz so irgendwo hier müsste jetzt ein röhrchen kommen und dann noch ja genau danke das ist aber nicht verbunden jetzt jetzt miteinander verbunden ja die sind aber auch nicht miteinander verbunden oder ist schwefel drin nein 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 da das das muss weg das reicht aber nicht ach so und du willst dann hier noch weiter wo wollen wir eigentlich hin mit dem zeugs hier ne haben die folge schon beendet äh nein könnten wir aber quasi wesley wesley ist so der gönnt euch nicht viel freunde der gönnt euch nicht allzu viel du musst aufhören sonst am besten das kann man hier mit so einem ähm teiler irgendwie mit was für einem teiler jetzt steht hier das band dass man es beidseitig macht ach macht der das nicht äh wesley wie ging das dass der beidseitig auslädt konnten wir dann mit einem Belader arbeiten äh ich muss ganz kurz gucken ach ja der ist ja schneller genau da war ja was die Kiste nee warte so rum ach so ja genau Kiste 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 jetzt an der fucking Kiste hin ok nicht unbedingt übertreiben normale Kiste, Stahlkiste sind jetzt fertig da lädt er ist auch doppelt du brauchst nur eins er macht ein blaues fließband voll er macht sogar ein bisschen mehr aber ich denke wenn dann ein blaues fließband runter läuft war ich dann satt da bleibt es noch hängen benötigen wir eigentlich noch eh was für Produktion nein äh warte das war zu weit nein warte doch 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 hier führst doch hier ran und gut ist ja ich hätte es jetzt hier ran geführt ja da geht auch ach so wir hätten ja hier auch senkrecht hoch gehen können warte ja das war der Plan eigentlich aber egal dann schließen wir jetzt da an aber egal ja ich hab halt keine mehr ich bin in die verbrechen ja ich bin in die ja ich bin in die vor jetzt nur noch mit dem abgeholt planer hier einmal durch oder ja brauchta kann ich ja gar nicht sagen von rot auf blau gar nicht eingespeichert ja ich habe halt keine blauen von roten roten tunnel auf blauer tunnel hier ist blau das blau nicht mehr könnt jetzt rote montagemaschinen montagemaschinen ok ich habe glaube ich noch nicht mehr mk3 angefordert aber läuft könnte hier nichts mehr von anfordern ich habe noch zwei jahren gefordert und ich werde das jetzt hier so machen da ist der nicht die anderen als wir irgendwo montagemaschinen umgehen dass die hierhin angefordert werden und dann verarbeitet okay so hast du hier ja das mache ich bin noch fließt wenn nach wo ich hier wo ich stehe da muss ein bisschen verblaut werden hier wo ich stehe muss noch verblaut werden also ist du ich sehe gar nichts ich konnte mittlerweile selber und ich bin zu langsam warte mal wir können noch erst hatten wir letztes mal schon ja das war halt weil ich da so ich muss ja stimmt die die felder hier sind weg das heißt man kann die filter eigentlich gänzlichst weglassen so guck mal ich will ihm auch zeigen wenn du gerade wo ist er wo ist er sind noch eine aufnahme wir sind noch drin er zeige mir warte wo ist der wesley oben bei der automatischen fabrik da ja ob das haut hin muss ja auch noch einer glaubt der arne knick ist richtig heftig beschäftigt oder der krieg ist sogar eine da ja und stahl ja also nicht recht hier noch einen hinsetzen was ihn schütteln da lassen doch das ist was man also so schnell brauchen wir jetzt auch nicht die maschine so ich habe die knick ich hier so verbunden dass die nicht von der montage maschine klicken wenn der kiste was drin ist weiße so geht erstmal das was in der kissen drin ist verbraucht statt dass er neue produzieren muss ja so haben wir alles wenn wir montage maschinen zum beispiel upgrade kriegt das kriegst du das ja in der innen wenn du das jetzt noch als abfall logistik macht das die entnommen und direkt hierhin gebracht und verarbeitet zu so verschwenden wir kein material du johannes stand vor dem min ich hab's nicht ganz kapiert aber ich kann jetzt zuschauer schon ein zwei drei und vierer maschinen gar nicht erst anfordern ich kann jetzt nur noch mit den mk ja mit den roten maschinen halt arbeiten ja okay der omega drill was hat der von dem fehlt die schwefelsäure uns geht die schwefelsäure aus kann ich das und das weg schon mal die ich weiß noch nicht mal wo die herkommt da so runter da und da abgezweigt die sind alle leer wir haben zu wenig schwefel weil zu wenig petroleum gut wobei alles halb so will die fabriken hier kommen eh nicht hinterher lasst du ruhig zu wenig weil zu wenig leicht öl zu wenig leicht öl weil zu wenig schwer öl oder was schwer ist irgendwas kaputt an die schwer öl ist leer quatsch brauchen wir körper eigentlich weil ich habe hier eine menge kupferärzte in dem ding hier kupfer erz ja oben in der fabrik in der anlage warte mal kriege ich da nichts umstellen er soll konstant verkehens sich schmiermittel schmiermittel haben wir jetzt genug dann kannst du das ein bisschen reduzieren dass er mit dem schweröl anfängt in leichten zu verwandeln wir haben halt auch gar kein schweröl also ja ein bisschen du kannst die pumpe aber doch eigentlich da was steht die da auf 25 das ist ja auch schon nicht viel soll ich dir auf 5 stehen oder was jetzt sieht das aber auch sofort weg interessanter wäre doch eigentlich zu sagen wenn wir genug schmieröl haben soll er pumpen oder nicht weil wir haben gerade 123.000 schmieröl das reicht ja deswegen sage ich ja die die schaltung wäre doch viel interessanter als oben in meiner blaupause hätte ich das sogar machen wir hier nämlich wenn 1000 reicht schmiermittel größer 10.000 ja jetzt gesagt kupfer wo haben wir die fabrik alle punkt halt auch nichts wer ist hier so mit dem ach so die wurden geupgradet hier man schon sagen wir hast hier mit dem untergrund bänder drum wir müssen unbedingt zusehen mehr öl ranzukriegen es macht mehr ölzug mal kurz noch im ölzug gucken die tanks hier unten sind alle leer katastrophe leute ja ich würde sagen wir brauchen ganz viel produktivität und wenn wir an irgendeiner stelle kupfer ja so nach 30 minuten kann das also bitte bitte kein kupfererz irgendwo per obis transportieren weil ja weil ich jetzt hier eine anforderungskiste an das wahrenhaus angeschlossen das ist gut es gibt übrigens war liegt da ganz viel erz ich habe gesehen es gibt eine neue idee bei faktorio und zwar wollen die so ein logistik platz machen wie wir letztes mal versucht haben mit grünen kisten wollen die das machen die wollen damit quasi lagerkisten besser sortierbar machen also quasi es war ja bislang so wenn eine lagerkiste ein holz reingelegt hast dann wurde da priorisiert ein holz reingelegt solange bis die robys keine leere kiste mehr gefunden haben dann haben sie erst angefangen zu mischen aber du konntest halt nie sagen dass dieses eine holz da drin liegen bleiben soll und das machen diese grünen kisten da kannst du quasi wie bei einer anforderungskiste einprogrammieren dass diese lagerkiste nur für holz ist wie viel brauchen wir noch mal 41 uran ja die müssten wir jetzt haben ne 33 alter 33 ja oh bald geht's los wollen wir denn so ein so ein so ein schaltungsdings aufbauen oder habt ihr habt ihr da blaupausen einfach ich glaube wir wollten die folge werden ja ich glaube wir folgen jetzt erstmal wesleys rat heute abend ist in der puppen und so deswegen schweren herzens bedanke ich mich jetzt für eure konzentration für fast 35 minuten ich guck gerade im teamspeak und mir ist da ein name irgendwie aufgefallen und ich kann da irgendwie das lol vorne nicht verstehen okay okay was zur helfe ja und ich glaube das waren schöne schlussworte wir sehen uns zum nächsten mal wenn wir uns wieder eingekriegt haben tschau 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 tsch Untertitelung des ZDF, 2020